Du brauchst kein Geld, um zu investieren. Hallo? Fragst du mich jetzt vielleicht, wo kann ich bitteschön umsonst Aktien oder Fondanteile oder eine Immobilie erwerben? Nun, darüber werden wir sprechen. Stell dir vor, du kannst zwischen drei Szenarien wählen. Szenario 1, stell dir vor, du bekommst plötzlich zwei Rechnungen, mit denen du überhaupt nicht gerechnet hast. Und das Geld ist gerade knapp. Wie fühlst du dich? Szenario 2, stell dir jetzt vor, du bekommst unverhofft 10.000 Euro. Wie fühlst du dich jetzt? Szenario 3, stell dir vor, du bekommst diese 10.000 Euro gar nicht unverhofft, sondern du weißt, dass sie kommen. Jeden Monat, Monat für Monat für Monat, dein ganzes Leben lang. Wenn es bei dir so ist, wie bei vielen Menschen, die ich coache, dann stimmst du mir zu, wenn ich sage, du musst mehr Geld haben, um frei zu sein. Du brauchst auch mehr Einkommen. Aber nicht Arbeitseinkommen, sondern Einkommen von deinen Investments. Denn solange du keine Geldmaschine hast, musst du selber eine Geldmaschine sein. Aber wenn du eine Geldmaschine hast, dann bist du frei. Und nur wenn du Investor bist, bist du wirklich frei. Was hält die meisten Menschen davon zurück, mehr Geld zu verdienen und wirklich frei zu sein? Es ist die Tatsache, dass sie ihr Geld hauptsächlich durch Arbeitseinkommen verdienen und nicht durch Investmenteinkommen. Die meisten Menschen sind nicht frei, weil sie nicht investieren können. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Deine finanzielle Freiheit hängt nur von einer Sache ab. Deiner Fähigkeit zu investieren. Und investieren ist für viele so ein rotes Tuch. Viele denken, ich kann nicht investieren. Sie können es nicht, sie mögen es auch nicht. Aber weißt du was? Wenn dein Auto kaputt ist, bist du doch deswegen kein schlechter Fahrer. Du sitzt nur einfach im falschen Auto. Und wenn deine Investments nicht gut sind, dann bist du deshalb kein schlechter Investor, sondern du kennst nur noch nicht die richtigen Investments. Weißt du, was die meisten Menschen falsch machen? Hier ist mein Bild dafür. Was hältst du von einem Freund, der sagt, hier habe ich ein Glas voller Eis. Und dieses Eis, das kann ich zum Schmelzen bringen in den nächsten Stunden, nur indem ich es anstarre. Er sagt dann noch, es kann vielleicht auch ein bisschen länger dauern, aber ich schaffe das. Bisschen blöd, oder? Denn schließlich ist doch klar, das Eis in dem Glas schmilzt ganz von alleine. Aber weißt du, so denken viele Menschen über Investieren. Das sei etwas, das sie irgendwie bewirken, obwohl es ohne ihr Zutun passiert. So wie das Eis doch tatsächlich ganz von alleine schmilzt. Ich habe ein kurzes Seminar entwickelt, um dir genau zu erklären, was du tun solltest, um in fünf Jahren von deinen Investments zu leben. Selbst wenn du jetzt noch gar kein Vermögen hast oder sogar verschuldet bist. Und es sind nur zwei Dinge, zwei, die Menschen wirklich vermögend machen. Zwei Dinge, die alle erfolgreichen Investoren kennen und die die allermeisten Anleger eben nicht kennen. Solange du diese zwei Dinge nicht weißt, bist du nur so ein Zuschauer, der darauf wartet, dass die Eiswürfel schmelzen und sich einbildet, etwas zu bewirken. Deshalb habe ich ein brandneues, kurzes Power-Seminar vorbereitet. Und in diesem zweistündigen Seminar zeige ich dir die wahre Investmentforce. Du erfährst genau, warum Ameiseninvestoren, die immer sehr fleißig sind, auch sparen und auch ein paar Fonds kaufen und ETFs und so weiter, fast immer verlieren. Und wie du ein Adlerinvestor wirst, der nur in fünf Jahren, in fünf Jahren von seinen Investments leben kann. Hole dir deine finanzielle Freiheit zurück. Diese Freiheit, die du als ganz kleines Kind schon hattest. Denn damals haben deine Eltern für dich gesorgt. Du musstest dir über Geld keine Gedanken machen, als du ganz klein warst. Deine Eltern waren deine Geldmaschine. Und diesen Zustand, den kannst du jetzt wieder erleben. Du kannst Investor sein. Du kannst für dich und deine Familie eine Geldmaschine schaffen. Dafür musst du nur verstehen, wie du Investor wirst. Du kannst es richtig machen oder falsch. Du kannst wie ein Gewinner vorgehen oder wie ein Verlierer. Du kannst natürlich zu Ikea fahren, ein richtig großes Billigregal kaufen und dann 250 bis 300 Bücher über Investments erwerben. Du könntest sie alle durchlesen. Würde dich vielleicht 6.000 bis 7.000 Euro kosten. Das ist nicht viel Geld, wenn du dadurch finanziell frei würdest. Aber die Wahrheit ist, du würdest wahrscheinlich kein erfolgreicher Investor. Trotzdem nicht. Warum nicht? Weil alle diese Menschen, alle diese Autoren, die erklären, wie du Investments kaufst, aber nicht, wie du sie schaffst. Und jetzt kommt zuerst einmal die gute Nachricht. Und auch sie ist ein absoluter Durchbruch für jeden durchschnittlichen Anleger. Du brauchst kein Geld, um zu investieren. Nochmal. Du brauchst kein Geld, um zu investieren. Hallo? Fragst du mich jetzt vielleicht, wo kann ich bitteschön umsonst Aktien oder Fondsanteile oder eine Immobilie erwerben? Nun, darüber werden wir sprechen. Und du wirst lernen, warum die erfolgreichsten Investoren tatsächlich ihre Investments schaffen, ihre Assets selber bauen. Und dafür brauchst du kein Geld. Ich kann dir gar nicht sagen, wie ich mich für dich freue, dass du diese wichtige Unterscheidung kennenlernen willst. Nochmal. In deinem Leben wird nichts mehr so sein wie vorher, wenn du das wirklich tief verstanden hast. Das ist mein Geschenk an dich. Erfahre, wie du dein Licht heller strahlen lassen kannst, indem du Investor bist. Wenn du Adler-Investor bist, hast du ein viel schöneres Leben. Und du kannst deiner Familie ein viel schöneres Leben ermöglichen. Und du bist ein viel größeres und auch herrlicheres Vorbild. Du kannst auch mehr für dein Land tun. Du kannst so richtig erfüllt leben, weil du deine Talente am besten in Investments verwandeln kannst. Dieses Seminar ist für dich gratis. Mein Geschenk an dich. Melde dich jetzt über den Button hier unten auf diesem Video sofort an. Dieses kurze Seminar wird zu dem wichtigsten Seminar deiner finanziellen Zukunft. Deine neue Ära beginnt. Nach diesem kurzen Seminar weißt du genau, wie du in fünf Jahren finanziell frei sein kannst. Und das ist die Revolution. Und das ist die Revolution.